Weiterhin kein Aufbäumen des FC Zürich in Sicht und nun kommt Szegrova, 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 3 zu 0, was für ein Tor. Der 20-jährige Kosovare trippelt die FZZ-Abwehr im Alleingang schwindlig. Der auffällige Edon Szegrova läuft hoch, Thurik, und er läuft. Und läuft. Und trifft zum 3 zu 0. Edon Szegrova bekommt heute vom Trainer den Vorzug vor Okafor. Und dieser Szegrova ist der Mann... ...Gegentreffer. Besonders auffällig, Edon Szegrova. Er ist nicht gerade das, was man eine Maschine nennt, aber der kann sich durchsetzen. Und wir, das kann. Tor. Ja, schon wieder. 2 zu 1. Ganz ehrlich, wie oft wird der Begriff des Straßenkickers bemüht? Hier aber bei Edon Szegrova, da passt es so richtig. Der kickt wirklich so wie früher vor der eigenen Haustür. Und achten Sie sich gleich, er erwischt ganz frech gleich zwei Gegenspieler zwischen den Beinen. Hier das erste Mal. Den Basel gerät nun nicht mehr in Gefahr, sondern sorgt nach 88 Minuten erneut für welche. Szegrova. Frei. Und wieder Szegrova. Jetzt werden noch alle möglichen Geschichten geschrieben. Torschütze Szegrova von Sforza unter der Woche getadelt, weil er, Zitat, unterwegs war. Kommt das los. Aus dieser Position hat er getroffen, Mitte März gegen Luzern. Diesmal aber der Pass. Und tatsächlich landet auf dieser Ball im Tor. 1 zu 2, 4 Minuten nur braucht der Gast, um das Spiel auf den Kopf zu stellen. In Richtung Luzerner Strafraum zurück. Szegrova. Cabral und erneut Szegrova knipsen beim FC Elmerleben die Lichter aus. 1 zu 3. 7 Minuten und 42 Minuten. Dem langen Ball auf Mahles. Und dann schliesst Szegrova diesen hübschen Angriff ab. Klasse Partie des jungen Kosovar. Der zu Szegrova. Zwei Assists hat er schon gesammelt. Und nun Scorerpunkt Nummer 3. Edon Szegrova. 6 zu 0. Das Walliser Debakel. Es findet seine... ...mehr auf dem Platz. Doch es bleibt nicht mehr viel Zeit. Und plötzlich drückt Basel. Szegrova zieht ab. Das ist ein Traumtor. Edon Szegrova tanzt gleich mehrere Gegner aus und zieht dann mit links. Hier ist Szegrova. Hier ist Palacios in Support. Aber er braucht ihn nicht. Der 2. Sub-Files in. Szegrova. Was ein Ziel von Edon Szegrova. Well, the substitutes making an impact for both. Das ist aufgeregt. Das ist die ganze Zeit.